Borussia Mönchengladbach treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Kommt ein Talent des VfB Stuttgart an den Niederrhein? Die vergangene Saison der Bundesliga war für Borussia Mönchengladbach eine Enttäuschung. Statt um die europäischen Plätze zu kämpfen, verbrachte das Team die meiste Zeit damit, den drohenden Abstieg zu vermeiden. Nur dank der Hilfe von anderen Teams konnte der Klassenerhalt am vorletzten Spieltag gesichert werden. Um eine solch turbulente Saison nicht zu wiederholen, plant Gladbach nun weitreichende Veränderungen für die kommende Saison 2024-25. Ein zentraler Teil dieser Pläne ist das Interesse an Raoul Paula, einem herausragenden Talent des VfB Stuttgart. Paula, 20 Jahre alt, hat in der Regionalliga Südwest für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der Saison 2023-2024 beeindruckende 15 Tore erzielt und sieben weitere vorbereitet. Sein starkes Debüt im Herrenbereich hat auch die Aufmerksamkeit des Profitrainers Sebastian Hoeneß auf sich gezogen, der Paula bereits einige Male mit der ersten Mannschaft trainieren ließ. Trotz seines Potenzials könnte es für Paula schwierig werden, in der kommenden Saison regelmäßig in der Bundesliga zu spielen. Der VfB Stuttgart hat sich für die Champions League qualifiziert und wird seinen Kader entsprechend verstärken, was die Chancen für junge Talente auf Spielzeit in der Bundesliga verringern könnte. Dies könnte ein Grund sein, warum Paula nach neuen Möglichkeiten sucht. Hier kommt Borussia Mönchengladbach in Spiel. Der Klub vom Niederrhein sieht in Paula einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Trainer Gerardo Seohane, bekannt für seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern, könnte der ideale Mentor für Paula sein. Seohane hat bereits angekündigt, dass er bereit ist, mit weniger zugekaufter Qualität, aber mit viel Potenzial zu arbeiten. Er betont, dass Borussia Mönchengladbach bereits die viertjüngste Mannschaft der Liga ist und dass dieser Weg konsequent weiterverfolgt werden soll. Paula hat gezeigt, dass er nicht nur im Verein, sondern auch auf internationaler Ebene überzeugen kann. Bei einem Lehrgang der deutschen U20-Nationalmannschaft in Portugal erzielte er zwei Tore im spektakulären 4 zu 4 Unentschieden gegen Frankreich. Solche Leistungen unterstreichen sein Talent und machen ihn zu einem begehrten Spieler für Vereine, die auf junge Talente setzen. Eine mögliche Verpflichtung von Raoul Paula könnte für Gladbach genau das Richtige sein, um die enttäuschende letzte Saison hinter sich zu lassen und einen neuen, erfolgreichen Weg einzuschlagen. Paula könnte in Gladbach die Spielzeit und das Umfeld finden, das er benötigt, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Zudem würde er in Seohane einen Trainer finden, der ihn auf diesem Weg unterstützt und fördert. Was denken Sie? Soll Raoul Paula den Schritt nach Mönchengladbach wagen? Oder wäre es besser für ihn, weiterhin beim VfB Stuttgart um einen Platz in der Erstmannschaft zu kämpfen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.